Heute mal ein bisschen schneller, weil ich heute mal zeige ich euch mal mein kleines Reich als PS3 Software. Erstmal, moin Leute, was geht? Mein Name ist Joe Lugansky und Blablestion 3. Da bin ich schnell. Und das war es eigentlich schon. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich so lebe hier in meiner geilen Getschildenbude. Oben sieht man eindeutig ein Bett von einem PC-Zocker. Es ist ein bisschen verknustert, aber schon ganz in Ordnung. Und jetzt komme ich mal zu meinem Bett. Das ist das Bett vom PS3-Zocker YouTube Gamescom. Also sieht es aus. Es sieht richtig gechillt aus. Und wir haben sogar ein kleines Märchen hier. Hier hat sogar ein Goldesel seine Goldmünzen hier schön ausgebreitet als kleiner Haufen. Wunderbar. Oh. Oh, da draußen ist irgendwas los. Ich glaube, die Bullen sind gleich da. Wenn die jetzt sehen, dass ich hier ein YouTube-Video mache, dann denken sie auch, ich bin krank. Also, hier haben wir noch ein bisschen Wurstsalat oder was sonst ist. Hier noch ein bisschen Nudelsalat und hier noch ein Ketchup-Döschen hier. Ketchup-Tütchen hier. Für den guten Geschmack. Muss ja alles sein. Ich habe hier noch einen kleinen Koffer hier. Da ist noch immer ein ganzes Zeug drin. Das ist alles ein bisschen durcheinander bei mir. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wer die Glastage mal verfolgt hat. Ja, da ist noch so ein Ding drin. Wie nennt man das Ding? So ein Softgetränk. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Genau. Wenn ich treffe. Oh. Also, wenn diese Flasche hier reingegangen wäre, da hätte ich jedem eine 10 Euro PSEN-Karte geschenkt. Ist nicht passiert. Sind wir uns einig daneben geschossen. Tut mir leid, Leute. Daraus wird nichts mehr. Ach ja, da habe ich mal ein bisschen gesprayt. Mit der Farbspraydose. Jetzt ist der ganze Lack hier eingearbeitet. Ach ja, da seht ihr mich noch mal. Moin, moin. Oh ja, da haben wir sogar noch meinen Rasierer. Hm. Ah, du Scheiße. Ich muss jetzt mal wieder zum Frisseur. Und ich sage ciao, Leute. Füße noch waschen und dann ist alles in Ordnung. Haut rein. Ciao. Ciao.